Du hast dich um Giannis Wäsche gekümmert. So, um seine Wäsche haben wir uns wirklich gekümmert. Muss ich vielleicht mit dem Wachen sprechen, um ihm das Zeug zu geben für ihre Rüstung? Hallo, ich habe Zeug für die Rüstung. Wir sollten wirklich besser bequem sein, falls etwas anderes hier rauskommt. Nassau, ich habe diese Speer selbst gemacht. Ja, das ist... sehr schön. Okay, das ist genug. Warum nicht du zwei jetzt allein verlassen? Okay, viel Glück noch bei deiner Arbeit. Please, take a break. You've earned it. I appreciate the offer, but it's gonna be a while before I can rest. I can rest when I'm dead. Schlafen, wenn ich tot bin. So, moin, es gibt Probleme. Ah, dust. Thank you again for your help. Also bin ich. How's your leg doing? I think I'll be alright. Just need some time to think is all. Was hat mir schon mal? It sounds like you've got something on your mind. Hmph. It's not obvious, eh? Very well. I haven't told Oneida, but I do believe I lost my pocket watch when those giants attacked us. Okay. And it's valuable? To me, yes. To the both of us, really. It was a wedding gift from her father. In fact, it's really the only thing we have to remember him by. Okay. I think I may have dropped it outside the farm. Just before those creatures chase us back here. If I learned the way it is, I really can't be out looking for it. I'll go take a look. Thank you, dust. Really? You don't know how much this means to me. Wahrscheinlich nicht, aber wir werden die schon finden. Huch. Gihan's Bauernhof. Ah, jetzt können wir da hin. Okay, schauen wir mal. Huch. Those monsters really tore the place apart. Hey, Fidget, can you use that sixth sense of yours to find Gihan's watch? Hmm, yeah, actually. I'm getting something from down that big scary hole in the ground. Why is it always a big scary hole in the ground? Ja, aber ja, auch schon, wenn es mal was anderes wäre. In the meantime, we should clear it out for Gihan and Oneida. Oh, die halten ja hier was aus. Oh, das braucht schon zwei Schlüssel. So. Ein bisschen Zimt, geh weg. Okay, und ab in das Loch. Hui. Da kommen wir natürlich mal wieder nicht durch. Da brauchen wir Sprengblümchen. Aber auf dem letzten... Oh, willst du mich verarschen? Achso, okay. Huiuiuiui. Okay. Och, du Scheiße. Alter, was wird das hier für ein Timing? Das ist ja der Wahnsinn. Ähm. Achso. Bam. So, noch weiter runter. Ich glaube, da ist die Uhr. Och, du Scheiße. Was zur Hölle? Ernsthaft? Wow. Wow. Alter. Okay, aber es geht. Das geht. Boah, Puzzlerätsel und sowas. Das ist ja hier. Also, nee. Ups. Upsi. Gerade wenn das Puzzlerätsel auf Zeit geht. Hallo, was soll das denn? Was ist ja hart. Aber geschafft. Ein P. Ups, ich habe hier wieder zitiert. Hallo, Juvie. Falls du das hier guckst. Hallo, he he. Ich habe deinen Spruch nicht geklaut. Nein, nein. Würde ich nie machen. Ein P. Nein. Vielleicht doch. Ich bin zu doofend zum Hüpfen, ey. So, Leertaste. Hey, wir haben es raus geschafft. Ich habe eigentlich gehofft, ein paar Monster zu treffen. So, wir haben alles gefunden da drin. Dann. Moin, was geht, Digga? Du hast es gefunden. Oh, das ist das schönste, was jeder für mich hat getan hat. Tja, so sind wir halt. Wir haben ja, wir haben deine Leben geschaut. Erinnerst du? Ja, also, ich bin davon abgeholt. Vielen Dank, ihr zwei. Ich habe wenigstens zurückgegeben. Aber hier. Geh dieses Setz von Schäublechern. Oh, sehr schön. Danke, Guillaume. Ich bin glücklich, dass wir uns auf die Service sind. Ah, diese Schäublechung zu bekommen hat, macht meine Meinung auf die Eise. Danke, Dust. Oh, bitte bitte. Ja. So, es gibt doch ordentlich wieder ein paar EP für mich. Objekte entfernt, nämlich die Uhr. Ah, drei Schlüssel, das ist doch okay. Oh, warte mal. Na, trägst du schon deine neue Wäsche? Was willst du? Ist etwas falsch? Oh, alles ist auf Feuer. Das ist Agony, Agony. Agony. Oder vielleicht, wenn du ein pein, defenselesser Junge weißt, in den Wald, ist nicht so grün mit dir. Geh, vor, geh. Just leave me alone. Let me agonize in peace. Let me agonize in peace. Das ist irgendwie ein wunderschönes Gefühl. Also ganz ehrlich, ich fühle mich gerade gut. Ich habe was Gutes getan. Eine gute Tag des Tages war das. Was ist das? Wauw! Mäin, das Kind ist doch. Haha, well now, would you look at this? Seems our village has got itself a new basement. You don't seem too concerned. Haha. Trust me, not much happens here. So when things start crawling out of the ground, you pull up a chair and enjoy the show. Enjoy the show. Okay, Augustine, but promise me that you'll stay here. I don't need anyone getting hurt. Bah! What you have all the fun? Well, I guess you're the one with the sword after all. Ja, natürlich. Aha, hier ist wieder so ein... Hier sind wieder Flaggen. Eine Herausforderungstempel. Prüfung Nummer 2, weißt du? Ach. Ach so. Okay. Im Laden nachsehen. Oh. Ui. Okay. Monster klappen. So. Kann man die Todeskompo durchführen. Okay. Hoppala. Alter, kommt noch mehr. So. Zack. Nicht mit mir, Freundchen. So. Nein. Okay, eins verpasst. Hör auf zu schießen. Nein. Verdammt. Okay. Ein paar Bonuspunkte. Und dann wieder welche... Wow. No. No. Nein. 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 So. Oh. Aber es ist... Es ist ja die Hölle. Die, die ich hier gekommen bin. Schick mir lieber ein paar Gegner. Das wäre mir lieber. Ah. Geht doch. So. Jawoll. Was? Okay. Die Bonuszeit haben wir verkackt. Es ist schlecht. Ich war richtig schlecht, Leute. Und ihr dürft mir dabei zuschauen, wie schlecht war. Ja. 6,5. Das war ein ganz schlechtes Ding. Einen Taucheranzug haben wir dafür bekommen. Ja. Sehr viel mehr Rüstung. Ist ein bisschen peinlich im Taucheranzug durch die Gegend zu rennen, aber... Okay. So, das hätten wir erledigt. Das mache ich irgendwann nochmal so. Alleine. Für bessere, für bessere Stats. Aber jetzt erforschen wir hier den, den unterirdischen Tempel mal weiter. Beziehungsweise das unterirdische Stück, wo wir hin sollen. End of the line. Looks like a pretty nasty drop. Yes. Very nasty. We should go around, I think. There's no time to find another route. Those monsters came up through here. There's gotta be a path down below. Spray runter. Spray runter. There's nothing. Weeeeee. Juuu. Ohoho. Das geht aber runter. Roter Resonanzstein. Rot habe ich nicht, oder? Blau. Weiß. Puppe. Puppe Rot. Hallo? Sag mir jetzt nicht, du bist jetzt nicht rot. Der will mich verarschen. Schön wie hier die Schritte heilen. Fidget, you need to calm down. I thought you said you weren't afraid of the dark. Ich habe auch keine Angst vor dem Dunkeln, aber vor den Dingern, die da drin sind. Ah, sehr klug. Oh, du hast höhere Angst. Oh, du hast höhere Angst. Fidget kann sich auch nicht entscheiden. War da was? Ah, ich glaube nicht. So. Das ist alles. Huch. Kapitel 2. Finsternis. Wow, wir haben Kapitel 1 geschafft. Da ist die unterirdische Höhle. Die Syramon-Höhle. Kiromon. Syramon. Syramon hört sich besser an. So, ich würde sagen, aber hier gehen wir dann auch beim nächsten Mal weiter. Bis dahin, Leute. Tschüssigowski. Tschüssig. 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 Tschüssig.